Da, da sehen Sie die Silos, da sind ja schon über 200 Pfund. Wo zur Hölle ist mein Service? Wo ist Francine Smith? Oh, äh, Sie und ein paar andere sind unten im Hof. Hey, Lorraine, Sie müssen in den Hof kommen. Mir ist was eingefallen, wie wir unser Franzikproblem lösen können. Oh, ich wollte Sie auch gerade anrufen. Ich bin schon am Hof und ich nehme die Sache jetzt selbst in die Hand. Ich bin schon am Hof.